So, es wird ernst, am Sonntag ist Europawahl, höchste Eisenbahn, also sich mit den Positionen der Parteien vertraut zu machen. Wir schauen mal ganz genau drauf, was die im Bundestag vertretenen Parteien denn in Sachen Inflation, soziale Spaltung, Wirtschaft und Klimakrise so vorhaben. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die Positionen der Parteien zur Europawahl. Wir nehmen uns alle vor, die im Bundestag sitzen. AfD, CDU, FDP, SPD, Grüne Linke und ganz neu auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und zwar schauen wir genau auf die Themen, die der Jugend wichtig sind. Inflation, Wohnungskrise, Klimakrise, soziale Spaltung und vergleichen mal, was die Parteien da so vorhaben. Als Ausgangspunkt nehmen wir ein sehr gutes Video von den Kollegen von die da oben, die den XXL-Parteien-Check gemacht haben und dort die Positionen der Parteien gut und übersichtlich zusammengetragen haben. Ganz kurz, bevor wir loslegen, kennt ihr eigentlich schon den Geld für die Welt Newsletter. Hier schreibe ich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Zuletzt zum Beispiel anlässlich der schlimmen Fluten und des Hochwassers in Bayern und was das mit Klammern und unterfinanzierten Kommunen zu tun hat. Und wie schrecklich es ist, dass zum Beispiel das nationale Hochwasserschutzprogramm des Bundes zuletzt für die Schuldenbremse halbiert wurde von 100 auf 50 Millionen Euro. Oder, dass das Deutsche Rote Kreuz schon seit 2020 fordert, dass man jedes Jahr für Katastrophenschutz 2 Milliarden aus dem Bundeshaushalt bräuchte, aber nur 570 Millionen bekommt. Also etwas mehr als ein Viertel lediglich. All das findet ihr im Newsletter. Wer mich unterstützen will, kann das auch über den Newsletter tun. Da gibt es ein Abo schon für ab 5 Euro im Monat. Ich bin als unabhängiger Auto natürlich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen, denn das alles kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und damit rein ins Video von die da oben. Und da ist ein ziemlich großes Thema, bestimmt auch ganz persönlich für euch, zumindest wenn ihr in den zwei letzten Jahren mal im Supermarkt wart, die Inflation. Und messen kann man die zum Beispiel am Verbraucherpreisindex. Und der zeigt uns, dass wir zum Beispiel für unseren Einkauf zurzeit ganze 20 Prozent mehr zahlen als noch 2020. Besonders in den vergangenen zwei Jahren ist das nochmal richtig krass geworden. Für Lebensmittel sind es sogar 30 Prozent. Die Parteien haben für dieses Thema ganz schön unterschiedliche Herangehensweisen. Um die Inflation abzufangen, wollen die einen auf EU-Ebene dringend sparen, die anderen wollen investieren. Auf der Seite sparen stehen vor allem CDU, CSU, FDP und auch die AfD. Die CDU, CSU findet, die EU müsse sich in Haushaltsdisziplin üben. Also mit ihrem verfügbaren Geld klarkommen und dass die Mitgliedstaaten ihre Schulden so klein wie möglich kriegen müssen. Auch wenn ein wichtiges Parteimitglied, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, da aus der Reihe tanzt. Die scheinen nämlich kein Problem mit EU-Schulden zu haben. Ähnlich wie die CDU, CSU und sogar noch strenger formuliert es die FDP. Für die ist die Inflationsbekämpfung Prio Nummer eins. Sagen sie zumindest. Dafür müsse die EU dringend schuldenlos werden und auf gar keinen Fall neue aufnehmen. Verschuldungsverbot. Ja, wer kennt das nicht von Christian Ninner auch. Dieses Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse. Das überträgt er natürlich auch auf die EU. Christian Ninner war es auch, der eine vernünftige Reform der EU-Schuldenregeln blockiert hat. Denn die wurden ja, die waren vier Jahre ausgesetzt, weil mit diesen Verschuldungsregeln hätte man Corona quasi nicht vernünftig bestehen können. Dann wäre die Wirtschaftskrise noch krasser geworden. Denn lustigerweise oder besser gesagt zynischerweise ist die Arbeitslosenquote im gesamten Euro-Raum dann am Tiefpunkt gewesen, als diese Schuldenregeln ausgesetzt waren. Die Schuldenregeln sind auch komplett unrealistisch. Beispielsweise 60% Schuldenquote, die erlaubt ist. Also Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung oder eine Neuverschuldung bei Ländern, die da drüber liegen, von maximal 0,5%. Frankreich, Italien, Spanien, die liegen alle weit da drüber. Die liegen über 100% Schuldenquote. Griechenland sogar bei 180%. Und die hatten jetzt alle auch eine deutlich größere Neuverschuldung. Fun Fact, Spanien ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man mit höheren Staatsdefizit auch die Wirtschaft ankurbeln kann. Die haben nämlich rund 3% Staatsdefizit jetzt im letzten Jahr gehabt, deutlich mehr als Deutschland. Dafür aber nicht 0,3% Wachstum, wie wir jetzt, sondern über 2%. Spanien ist also schon weit über das Corona-Tief hinaus, während wir wie ein Krebs noch immer in diesem Corona-Tief hängen. Was jetzt geändert wurde, als die Schuldenregeln wieder aktiviert wurden, nachdem sie in der Corona-Krise eben ausgesetzt wurden, ist, dass für Länder, die jetzt weit über diesen Schuldengrenzen liegen, mit der Kommission ein individueller Schuldenabbaufad vereinbart wird und es keine fixen Regeln mehr gibt. Allerdings ganz so groß ist diese Flexibilität zwischen Ländern und EU-Kommissionen dann doch nicht. Denn Christian Lindner hat darauf gepocht, dass es einen Mindestabbau von Staatsschulden gibt. Für Länder, die mehr als 60% Schulden haben, muss der Schuldenstand jedes Jahr um mindestens 0,5% abgebaut werden. Für Länder mit über 90% Staatsschulden mindestens um 1%. Vorher war die Regel die sogenannte 1.20. Regel. Nehmen wir Italien, die haben 150% Staatsschulden, 60% sind erlaubt. Dann müssen die in 20 Jahren von 150 auf 60 runter. Das hätte bedeutet, jedes Jahr die Schuldenquote um 4,5% zu reduzieren. Völlig illusorisch. Hat nie funktioniert. Hätte auch nie funktioniert. Führt nur zur unsinniger Sparpolitik, die die Wirtschaft am Ende noch mehr abwirkt. Abwirkt, wie wir in Griechenland gesehen haben, massives Sparprogramm. Ja, dann läuft die Wirtschaft noch nicht mehr, weil die Leute kein Geld mehr haben, weil Leute arbeitslos werden. So, dann sinkt auch die Wirtschaftsleistung. Dann kriege ich die Schuldenquote auch nicht runter. Schuldenquote besteht ja nicht nur aus Schulden, sondern eben auch aus der Wirtschaftsleistung. Und deswegen kann man sagen, es ist ein mini, mini, mini Fortschritt, der bei den Schuldenegeln erreicht wurde. Real macht er aber für die Sorgenländer, wo ich allen voran Frankreich und Italien zu zähle, weil das nochmal wie wirtschaftlich zweit- und drittgrößten Nationen in der Eurozone sind. Und man hat das für die jetzt kaum einen relevanten Unterschied. Die werden so oder so zur Sparpolitik gezwungen, obwohl das sehr destruktiv ist, obwohl es die Länder kaputt macht. Und wir sehen den Rechtsruck in den Ländern. Also, es ist wirklich fürchterlich. Trotzdem gut gegenübergestellt. Thema Inflation wollen FDP, AfD und CDU mit Sparprogrammen bekämpfen. Das würde nur dann Sinn machen, wenn die Inflation von einer überhitzten Wirtschaft, von zu viel Nachfrage käme. Ist aber nicht so. Die Inflation, die wir jetzt hatten, war auch keine echte Inflation. Wer das nachlesen will, habe ich übrigens ein Buch zugeschrieben. Teuer, die Wahrheit über die Inflation. Da erkläre ich das Ganze auch, warum das keine richtige Inflation ist, keine klassische, sondern ein Preisschock. Und einen Preisschock bekämpft man nicht mit Sparpolitik, sondern mit Investitionen. Wenn russisches Gas teuer und knapp wird und man davon abhängig ist, muss man eben in Alternativen investieren. Und nicht die gesamte Wirtschaft mit elender Sparpolitik abwirken. Rüdungsverbot, das ist ihre Devise. Da bleibt alles so wie... Wenn es also darum geht, wer schafft es, vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, dass die Inflation runterkommt, dass die Folgen der hohen Preise gerecht verteilt und bewältigt werden und dass man die Wirtschaft wieder ans Leben bekommt, dann ist man bei CDU, AfD und FDP falsch aufgehoben. Wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Auch die AfD lehnt gemeinsame EU-Schulden ab. Sie will Kredite nur auf nationaler Ebene, also in ihrem Fall auf deutscher Ebene und für deutsche Vorhaben. Und die AfD will vor allem nicht für Schulden und finanzielle Schwächen anderer Länder zahlen. Und hier kommen wir auch zu einem wichtigen Kernpunkt der AfD, den eigentlich so keine andere der großen Parteien vertritt. Und der die AfD nochmal deutlich von den Positionen der CDU, CSU und der FDP unterscheidet. Die AfD möchte Europa, so wie es gerade funktioniert, nicht weiter unterstützen. Die Partei spricht von einer schleichenden Umwandlung des Staatenverbundes Europa in einen EU-Zentralstaat. Das EU-Parlament will sie abschaffen. Sie will stattdessen eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen, in der die einzelnen Staaten unabhängig voneinander sind. Als einzige Partei will sie deshalb auch weg vom Euro als Unionswährung und zurück zu einer nationalen Währung. Also sie will quasi so zurückgehen, also so ein paar Schritte, also ein paar mehr, also quasi in die 90er. Ja, und das ist besonders problematisch. Es ist sogar noch krasser, die AfD will sogar, wenn sie es zurück zur D-Mark geht, die D-Mark mit Gold decken. Das ist nicht nur 90er, das ist noch viel, viel weiter an zurück. Das Problem mit der Euroaufgabe ist, dass eine exportorientierte Wirtschaft wie Deutschland in dem Moment, wo sie den Euro aufgibt, massiv aufwerten würde. Also die D-Mark würde massiv an Wert gewinnen und das bedeutet, deutsche Produkte werden, wenn man sie mit ausländischer Währung kauft, teurer. Die ganzen Exporteure in Deutschland würden also Wettbewerbsfähigkeit verlieren und zwar würde die D-Mark mal locker 10, 15, 20 Prozent aufwerten. Das heißt 20 Prozent Kostenschock. Das ist viel, viel mehr, als wenn der Industriestrompreis mal ein paar Cent teurer ist, als er idealerweise sein müsste, wo die AfD sich ja häufig darüber aufregt. Also AfD zurück zu D-Mark, goldgedeckter D-Mark, völliger Wahnsinn. Das Problem bei der Golddeckung ist zudem, dass man dann ja überhaupt nicht souverän ist in seiner Ausgabenpolitik. Wenn ich sage, ich decke die Währung mit Gold, dann brauche ich immer, wenn ich neue D-Marks erzeuge und in Umlauf bringe, auch mehr Gold, um ein festes Umtauschverhältnis garantieren zu können. Ansonsten kann ich mir das gleich schenken. Dann habe ich nur eine Fake-Gold-Deckung und keine richtige. Ich brauche ein festes Umtauschverhältnis. Das wiederum beschränkt natürlich die Fiskalpolitik, die Haushaltspolitik massiv. In einer Zeit, wo beispielsweise man viel für die Klimakrise machen muss, wo auf einmal 100 Milliarden in die Bundeswehr fließen sollen oder wo man schnell 30 Milliarden braucht für Flutkatastrophen, noch Bayern, Ahrtal, was auch immer, oder wo ein Corona-Schock kommt, ist das der absolute Horror. Denn dann kann man ja nicht mal eben einfach mehr von der eigenen Währung im Umlauf bringen, sondern muss erst gucken, wo man das Gold herbekommt und das irgendwo teuer kaufen und sinnlos lagern. Also die Wirtschaftspolitik der AfD, die Währungspolitik der AfD wäre die absolute Vollkatastrophe für Deutschland. Die absolute Vollkatastrophe, noch also auch tausendmal schlimmer als Sparpolitik von FDP und CDU. Er ist nicht miteinander zu vergleichen, qualitativ was ganz anderes, was die vorhaben. Auf der anderen Seite, also der Investieren-Seite, stehen SPD, Grüne, BSW und die Linke. Und, das habe ich ja schon erwähnt, Ursula von der Leyen steht anders als der Rest ihrer Partei auch auf der Investieren-Seite. Ja, Ursula von der Leyen, das muss man ihr zuguthalten, hat gemeinsame EU-Schulden durchgesetzt im Kontext des Next Generation EU, dieses Wiederaufbauprogramms nach der Corona-Krise. Das war sehr gut, davon hätte man ruhig jetzt mehr machen sollen und das Instrument bewahren sollen. Das ist sehr clever, denn wenn man EU-Schulden macht, also gemeinsame EU-Anleihen rausgibt, sind die natürlich viel sicherer und viel günstiger als einzelne Anleihen für Griechenland oder Italien. Die Folge ist, man kann in Griechenland und Italien, also schwache Wirtschaften, auch in der Corona-Krise investieren und hat keine hohen Zinskosten. Jetzt kann man die Zinskosten auch anders reduzieren, aber in den Spielregeln, die wir uns nochmal gegeben haben, ist das zumindest ein pragmatischer Weg. Eine andere Erkenntnis ist noch, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht eine interessante Rolle hier einnimmt, denn die sind zwar bei gesellschaftspolitischen Fragen mit der CDU zum Beispiel sich sehr einig, also da sehr konservativ, bei Finanzpolitik und bei Sozialpolitik aber progressiv, also gesellschaftspolitisch konservativ, finanzpolitisch progressiv, sind offen für andere Schuldenregeln, wollen mehr investieren, sind für einen höheren Mindestlohn, all das. Und das unterscheidet sie zum Beispiel auch von der Linken oder von der SPD und Grünen, die sonst in, also vor allem von den Grünen und von den Linken, SPD ist natürlich auch in Teilen gesellschaftspolitisch konservativ, BSW aber noch konservativer. Gerade die Grünen und die Linken aber eben auch bei gesellschaftspolitischen Fragen progressiv, wirtschaftlich progressiv, gesellschaftspolitisch progressiv und diesen Mix von BSW hat man sonst so nicht. CDU ist gesellschaftspolitisch konservativ, finanzpolitisch konservativ und damit unabhängig, was man jetzt von BSW und den konkreten Europapositionen konkret hält, kommen wir auch jetzt gleich noch genauer zu, ist das schon mal in der deutschen Parteienlandschaft ein Angebot, was es vorher nicht gab und ich würde sagen, das ist für die Demokratie erstmal gut, wenn den Leuten damit mehr Wahloptionen gegeben werden, unabhängig von eigenen Präferenzen. Ihr hat die EU nämlich zum ersten Mal gemeinsame Schulden aufgenommen, um aus der wirtschaftlichen Krise zu kommen. Die SPD nennt das einen entscheidenden Impuls und will weiter eine entschlossene, koordinierte und solidarische Investitionspolitik. Sie sieht viele Stellen, an denen es mehr Geld braucht und will dafür mehr Spielraum in der europäischen Geldpolitik. Damit für diese Investitionen auch Geld da ist, will sie europäische Eigenmittel. Das heißt Geld, das die EU selbst einnimmt, zum Beispiel über Zölle und weniger, dass die Mitgliedstaaten selbst Geld in die EU einzahlen. Geld kann Probleme lösen. Es wäre natürlich am allerentspanntesten, wenn man den EU-Haushalt einfach mit Geld aus der Europäischen Zentralbank auffüllt. Weil im Moment ist es ja so, Christian Nindern verkauft eine Anleihe an private Banken, die leihen sich Geld bei der EZB, reichen das dann weiter an den Finanzminister im Tausch gegen die Anleihe, der gibt es dann aus, dann kommt es wieder zu den Banken und wenn die Kunden der Banken irgendwann Steuern zahlen, geht es wieder an den Finanzminister und der Finanzminister überweist dann irgendwann einen Teil wieder an den EU-Haushalt. Das ist natürlich viel zu kompliziert. Man könnte den EU-Haushalt auch direkt mit neuem Geld aus der EZB befüllen. Das muss man natürlich dann ein bisschen maßhalten, dass das zu der nationalen Fiscal-Politik immer passt, damit man nicht nachher zu viel hat, es nicht überhitzt. Aber das wäre natürlich die einfachere Lösung, als dass die EU jetzt auch mehr Abgaben, mehr Steuern, mehr Zölle erhebt. So sehen das auch die Grünen. Auch sie fordern ein großes europäisches Investitionsprogramm ab 2028. Dafür wollen die aber beides, Eigenmittel und höhere Beiträge der Länder. Das BSW ist auch pro Investitionen, will dafür aber im Gegensatz zu SPD und Grünen kein größeres EU-Budget durch die Länder und auch nicht, dass die EU Eigenmittel einnimmt. Und wenn ihr euch gerade fragt, woher kommt dann das Geld? Über Kredite. Das BSW will, dass die EU so viele Kredite aufnehmen darf, wie es eben für Investitionen braucht. Das nennt sie auch die Einführung einer goldenen Investitionsregel. Dazu will das Bündnis internationale Unternehmen, die in der EU arbeiten, mit mindestens 25% besteuern. Auch die Linke will zwingend mehr Investitionen. Das Geld dafür, so steht es im Wahlprogramm, kann bei Superreichen und Konzernen eingesammelt werden. Die Linke will deshalb auch den Mindeststeuersatz von 25% auf internationale Unternehmen. Die Linke will... Also was die Finanzpositionen zur EU angeht, ja, also Schulden für Investitionen, Mindeststeuer für Unternehmen, europäische Mindestlohnrichtlinie, sind sich BSW und Linke schon sehr einig. Sieht man eben, dass auch viel linke, ex-linke Personal eben zu BSW gegangen ist. Er will außerdem einen EU-Haushalt, der doppelt so groß ist wie aktuell. Also, dass die EU doppelt so viel Kohle zur Verfügung hat. Und will genau wie das BSW, dass öffentliche Investitionen über Kredite finanziert werden dürfen. Okay, investieren schön und gut, aber wo rein überhaupt? Drei Aktien, die jeden Monat eine Dividende zahlen, also dir jeden Monat Geld auf dein Konto überweisen. Spaß beiseite. Die SPD will vor allem den Aufbau einer Sozialunion. Also soziale Ungleichheit in der EU bekämpfen, so die Inflation für die Bürgerinnen und Bürger abfangen und zum Beispiel armutsgefährdete Einkommen unterstützen. Auch das BSW möchte eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge und hohe soziale Standards. Die Linke spricht von einer sozialen Säule als Gegengewicht zur neoliberalen Politik. Will also, dass das europäische Sozialprogramm genauso wichtig wird wie die Wirtschaft. Für die Linke gehört dazu zum Beispiel auch eine EU-weite Mindestrente gegen Altersarmut. Übrigens, das Wort Armut fällt im FDP-Wahlprogramm kein einziges Mal. Ja, kein Wunder natürlich. Meme gucken wir uns schnell an. Und auch die CDU... Was auch noch neu war, was unter Ursula von der Leyen gekommen ist, muss man eh jetzt hier auch lassen, ist so die erste Säule von einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Ja, da geht es um Kurzarbeitergelder, die man während Corona geteilt hat. War jetzt kein großer Topf, war kein Riesending, aber immerhin. Dahingehend kann man natürlich deutlich mehr machen. Was vor allem gut wäre, wenn dadurch ja ein Ausgleich geschaffen wird. Ja, also Deutschland hat sich mit der Agenda 2010, also auf Kosten von Frankreich und Italien, ich habe es schon häufig erklärt, wettbewerbsfähiger gemacht, ja, die also niederkonkurriert, da für Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit gesorgt. Und Deutschland bricht übrigens die EU-Regeln, ja, indem sie einen höheren Exportüberschuss haben, als die EU-Regeln eigentlich vorsehen, maximal 6%. Deutschland lag sehr häufig darüber. Und wenn man als Ausgleich dann eben dafür sorgt, dass zumindest Gelder aus Deutschland für Arbeitslose, für Arbeitslosigkeit nach Frankreich, Italien und Co. wandern, oder EU-Gelder dahin gehen, denn dann hat man einen Ausgleich. Ja, wenn ein Land der Währungsunion sich auf Kosten, auf den Nacken der anderen, eben wettbewerbsfähig gemacht, sich Vorteile ergaunert, dass damit das zumindest einen Ticken ausgeglichen wird, das wäre schon gut. CSU bespricht Altersarmut und die Wurzeln. Da kriegen natürlich die ganzen konservativen Schnapp ab und, oh Gott, die deutschen Steuergelder, die dann an die faulen Griechen und die faulen Italiener gehen, ne, Stereotype, die da aufgemacht werden. Ja, und deswegen ist auch eigentlich mit so einer konservativen Wirtschafts- und Finanzpolitik nachhaltig, keine Währungsunion zu machen. Das ist dann nur Flickschusterei und irgendwie zusammengezettelt und gezaudert. Denn wenn man eine Union macht, ja, und die Wirtschaften verbinden will, so, dann sollte man nicht Schnappatmung bekommen, wenn halt mal Gelder in die Bereiche fließen, wo es vor allem gerade nicht so gut läuft, ja, bei den EU-regionalen Mitteln, der Strukturförderung, wenn zum Beispiel irgendwo ein Kohlewerk schließt, wenn irgendwo die Infrastruktur besonders schlecht ist, da passiert das schon. Das sollte noch mehr passieren. Dann schafft man auch einen Rechtsruck übrigens zu verhindern. Ja, da gab es auch neulich eine Studie, die eben einen Zusammenhang zwischen dieser Regionalförderung und dem Stimmenanteil rechter Parteien erforscht hat und herauskam, wenn EU-Mittel dahin fließen, wo Deindustrialisierung stattfindet, wo hohe Arbeitslosigkeit stattfindet oder hohe Arbeitslosigkeit existiert, dann reduzieren diese Mittel den Stimmenanteil für rechte Parteien, ja. Also, mehr davon, unbedingt mehr davon. Wenn man natürlich aber in dem Narrativ verbleibt, oh, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler und das Steuergeld, das ist so knapp und das darf auf gar keinen Fall umverteilt werden, ja, dann, ja, was soll man sagen, kriegt man natürlich, fühlt man sich in Konkurrenz, ja, sieht man den deutschen Rentner und den deutschen Niedriglöhner in Konkurrenz zu dem arbeitslosen Griechen, arbeitslosen Franzosen, den es dann da gibt, ja, und ist dann neidisch und dann gibt es Ellbogenmentalität, die gleichen Mechanismen, die wir haben, wenn in Deutschland über das Bürgergeld geschimpft wird, ja, und dann Mittelschichtsleute, die finden die Zahlen zu hoch, Steuern, sich ungerecht behandelt fühlen, weil doch da Geld an Menschen fließt, die arbeiten könnten, aber es nicht tun, vermeintlich, ja. Da haben wir nur ein paar tausend Leute, die Angebote, ja, immer ausschlagen und die Debatten haben ja zu Genüge geführt. Aber das führt immer zu diesen Ellbogenmentalitäten und diese konservative Sparpolitik von CDU und FDP und dieses konservative Framing, oh Gott, deutsches Steuergeld darf nirgendwo anders hin, beflügelt all diese Narrative und beflügelt damit am Ende auch den Rechtsruck, ja. Wohlstandsperspektive für junge Menschen in ihrem Programm kaum. Sicher ist aber, sie wollen keine EU-Gelder in den Sozialprogrammen der einzelnen Staaten sehen. Sie sind also der Meinung, dass Sozialhilfen kein EU-Thema sind, sondern dass sich die Länder da einfach selbst drum kümmern sollen. Kontrastprogramm zu Linken. Die Grünen dagegen stehen, wie die SPD, für Sozialstandards, eine europäische Mindestlohnrichtlinie und eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Immer wieder fällt im Grünen-Programm, aber im Zusammenhang mit der Wirtschaft, auch das Wort Klima. Über 220 Mal nennen sie das insgesamt. Die Grünen wollen eine klimaneutrale Modernisierung unserer Wirtschaft und Infrastruktur. Das heißt für sie, keine neuen Öl- und Gasfelder mehr zu erschließen und bis 2035 keine fossilen Brennstoffe mehr zu verwenden. Sie wollen die Energiewende und die Dekarbonisierung in der Industrie. Atomenergie, das ist für die Grünen keine nachhaltige Energieform. Auch im Wahlprogramm der SPD kommt der Klimaschutz immer wieder vor. Auch sie will, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist und die Treibhausgase bis 2040 schon stark reduzieren. Wichtig für die SPD ist die Klimagerechtigkeit. Wer viele Emissionen ausstößt, soll auch mehr für die Folgen des Klimawandels zahlen. Dass die EU mit ihrem Geld für Atomenergie zahlt, das lehnt die SPD ab. Sie will stattdessen in klimaneutrale Zukunftstechnologien, in eine sichere Energieversorgung, Infrastruktur und Innovation investieren. Die FDP fährt in puncto Klimawandel auf den Schienen der Technologieoffenheit. Kernfusion, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels sind Musik in FDP-Ohren. Übrigens sind das größtenteils Dinge, die es auf dem Markt noch gar nicht gibt. Die FDP ist gegen ein Verbrennerverbot, allgemein gegen Verbotspolitik und für den Emissionshandel. Den will sie sogar weiter vergrößern, von europäisch zu international. Ähnlich sind das CDU, CSU. Den Emissionshandel auf internationale Ebene zu heben, ist ja, wenn man glaubt, okay, wir müssen das nur irgendwie mit Zertifikaten verknappen und die Preise soll der Markt finden. Und das machen wir weltweit und dann wird alles gelöst. Ja, also denklogische Folge. Nachvollziehbar also. Das Ding ist nur, das wird natürlich nicht klappen. Ja, denn wenn man weiterhin geizt beispielsweise und auch jetzt, also jegliche Form von Entwicklungshilfe, die Deutschland zahlt, gerade in der deutschen Debatte, infrage stellt, ja, braucht man ja von anderen Ländern nicht erwarten, dass die unseren Zertifikatehandel mitmachen, ja, die dann auch benachteiligt. Also, das funktioniert eben nicht, das passt nicht zusammen. Überhaupt, das ist so. Der Zertifikatehandel auf der EU-Ebene, der muss dringend reformiert werden, wenn man ihn dann beibehalten will. Ich fände eine CO2-Steuer deutlich sinnvoller als den Zertifikatehandel. Dazu habe ich auch mal in den Newsletter geschrieben. Hier sieht man nämlich zum Beispiel die Preisentwicklung der EU-Zertifikate. Und wir sehen ab 2009, ja, das ist erstmal wie ein Krebs, nur zur Seite, ganz flat gewesen. Dann ist das 2019, ja, 2020, hat sich das von 20 Euro verfünffacht auf fast 100 Euro. Ja, wie soll ein Unternehmen damit planen, wenn auf einmal der Preis sich verfünffacht? Seitdem stagniert es wieder, ist extrem volatil zwischen 70 und 90 oder 100 Euro. Jetzt ist das hier schon zu früh abgeschnitten, weil der Artikel schon ein bisschen älter ist, vom Dezember 2023. Vor wenigen Monaten allerdings ist der Preis nochmal auf 50 Euro runtergerutscht, ja. Will sagen, wie sollen Unternehmen Investitionsentscheidungen treffen, wenn der Preis für CO2 sich so unverlässlich entwickelt, wenn er so volatil ist, ja. Wenn er sich auf einmal in zwei Jahren verfünffacht, dann wieder halbiert, ja, auf 50 Euro, wiederum viele Jahre lang, ähm, wie sind Krebs nur zur Seite gegangen ist. Der Grund dafür ist, dass damit spekuliert wird, dass die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten von der Wirtschaftsleistung abhängt, dass es sehr schwierig ist, immer genug Zertifikate reinzugeben, dass am Anfang zu viele Zertifikate frei verteilt wurden. All das könnt ihr gerne im Artikel nachlesen, verlinke ich euch. Nur, ähm, all diejenigen, die behaupten, wie zum Beispiel Kommissionspräsidentin von der Leyen, das wäre irgendwie der Mega-Erfolg, nee, nee, nee. Und, also, wenn dann demnächst noch Verkehr und Gebäude da mit reinkommen und der Tankpreis und der Heizungspreis auch von diesem Zertifikatehandel abhängen und es solche Schwankungen gibt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr problematisch. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 einhalten. Ihre Lösung dafür, ebenfalls Technologieoffenheit, Forschung und Innovation. Zusammen mit dem Ausbau aller erneuerbaren. Ganz kurz noch, der Vorteil bei einer CO2-Steuer wäre ja, dass man verlässlich sagen könnte, wie viel der CO2-Preis jedes Jahr teurer wird. Lässt man die ansteigen, 5 Euro jedes Jahr, welchen Wert auch immer, aber man hat verlässlich, dass es immer teurer wird. Dann können Unternehmen auch kalkulieren, ja, im Moment weiß man ja gar nicht. In Deutschland beispielsweise haben wir ja gerade einen CO2-Preis von 45 Euro die Tonne. Wo der aber zum Beispiel ab 2027 sein wird, wissen wir gar nicht. Weil dann geht es in das EU-Zertifikate-System, soll frei gehandelt werden am Markt. So, und dann kann es 100 Euro sein, dann kann es auch 150 Euro sein, ja, und dann kann es auch einfach wieder 50 Euro sein. Nein, man weiß es schlicht nicht und das ist für Investitionen absolut Gift. Das Verbrennerverbot für neu zugelassene Autos ab 2035 lehnt CDU, CSU genauso wie die FDP ab. Strenger als die anderen Parteien, auch als die Grünen, scheint in Sachen Klimawandel die Linke. Aus ihrer Sicht reichen die Ziele des bisherigen EU-Green-Deals nicht aus. Die EU müsste schon bis 2040 klimaneutral sein. Bis 2030 solle der Anteil erneuerbarer Energien in der EU auf 50 Prozent steigen. Zum Vergleich, 2022 lag der Anteil bei 23 Prozent. Die Linke will verbindliche CO2-Budgets für jeden Mitgliedsstaat. Also, dass jedes Land nur eine bestimmte Menge Treibhausgase ausstoßen darf. Sie will den Auto- und Flugverkehr bis 2035 drastisch reduzieren und setzt wie die SPD auf Klimagerechtigkeit. Vor allem ist sie aber gegen einen kapitalistischen Wettlauf um grüne Technologie. Ist da also einfach in die komplett andere Richtung unterwegs als CDU, CSU und FDP. Die Linke will zum Thema Energiewende vor allem klare Vorschriften und Vorgaben, besonders für Konzerne. Bleiben übrig die AfD und das BSW. Beide Parteien sind gegen den bisherigen Green Deal der EU. Die AfD hat hier aber wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Der menschengemachte Klimawandel sei laut ihr ausgedacht. Ich halte das für unseriös. Die Partei will deshalb absolut... Ja, also auch hierbei kann man immer nur sagen, wer AfD wählt, schießt sich ins eigene Knie. Wer AfD wählt, weil er was für seine künftigen Generationen machen will, schießt denen in den Rücken. Also es ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, diese Partei. Alle Klimaschutzgesetze auf nationaler und europäischer Ebene abschaffen. Das BSW setzt auf die Entwicklung neuer Technologien. Und ist auch gegen Verbote, zum Beispiel das von neu zugelassenen Verbrennermotoren ab 2035. Damit reiht sich das BSW bei der FDP und CDU CSU ein. Ist aber gleichzeitig ganz klar gegen den Emissionshandel. Aus Sicht des BSW müsse man in Sachen Klimawandel grundsätzlich auch an ganz anderen Stellen schrauben. Zum Beispiel an den Emissionen durch Aufrüstung. Und dann? BSW ist gegen den Emissionshandel, aber nicht für eine CO2-Steuer. Das auch nochmal zur Klarheit. Sondern nur positive Anreize, Investitionen. Gleichzeitig aber dann gegen Verbote wie das Verbrenner aus. Denn das Auto ist ja nun mal sehr populär in Deutschland. Und das gehört dann zu deren gesellschaftspolitisch-konservative Ausrichtung. Naja, Politik für das Auto zu machen. Da gibt es ja Argumente für. Viele Menschen in Deutschland sind noch darauf angewiesen. Nur das Verbrenner aus beispielsweise in Frage zu stellen, wieder zurückzuziehen. Verbrenner-Neuzulassungen, ja nur. Ist ja nicht so, dass Verbrenner komplett verboten werden. Ist auch wiederum für die Industrie Gift. Denn die brauchen Klarheit. BMW will in München in ihrem Werk ab, was war es, 27, 28, nur noch E-Autos produzieren. Die müssen das umrüsten. Läuft heute schon. Die investieren da Milliarden rein. Wenn man das jetzt alles wieder kippt, ja, dann sind solche Investitionen für die Katz. Und BMW verliert dann Wettbewerbsfähigkeit. Also entweder oder, aber den Weg muss man dann schon gehen. Dieses permanent alles in Frage stellen, ist auf jeden Fall was, was industriepolitisch 0,0 hilft. Kommen wir nämlich zu einem Thema, das ganz viele von euch bestimmt schon sehr persönlich getroffen hat. Und zwar das Thema Wohnen. Das wisst ihr bestimmt. Mieten ist richtig teuer geworden. Laut einer Studie des Öko-Instituts und des Deutschen Mieterbunds gaben 2023 schon 7 Millionen Haushalte mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete aus. Und damit gelten 7 Millionen Haushalte als mit ihrer Miete überlastet. Allein in den letzten vier Jahren sind die Mietpreise in Deutschland um fast 7 Prozent angestiegen. Wer heute in Berlin ein WG-Zimmer mieten will, zahlt 112 Prozent mehr als im Jahr 2009. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist mehr als das Doppelte. Manche Parteien sehen diese waschechte Wohnkrise nicht nur als nationale, sondern als gesamteuropäisch auf. Krass finde ich auch die Zahl einfach an Sozialwohnungen in Deutschland. Eine Million gibt es davon nur noch. 1999 hatten wir drei Millionen. Da ist die Bevölkerung größer geworden. Der Anteil der Bevölkerung, die Niedriglöhne hat oder die eben an der Armutsgrenze lebt, ist größer geworden. Deutlich mehr Menschen, die hierhin geflohen sind, Asyl gesucht haben, die auch auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, auch mehr geworden. Das heißt, der Bedarf an Sozialwohnungen ist eigentlich größer, das Angebot aber deutlich kleiner. Und auch im letzten Jahr wurden nur 27.000 neue Sozialwohnungen gebaut, obwohl die Ampel 100.000 versprochen hat. Und das liegt allerdings nicht daran, dass es zu wenig EU-Gelder oder sonst was gibt. Das ist eigentlich ein Thema von Bund, Ländern und Kommunen und weniger von der EU. Aber wir hören mal weiter. Aufgabe. Ja, und andere Parteien erwähnen das gar nicht. Sehr lustig. Ja, der geht an CDU, CSU und die FDP. Und die AfD steht beim Thema Wohnen mal wieder alleine da. Sie sieht den Grund für die steigenden Mieten unter anderem in den europäischen Baurichtlinien. Sie ist deshalb gegen den Bau von, wie die AfD es nennt, sogenannten klimaneutralen Wohnhäusern. Und sie bezieht die steigenden Mietpreise auch auf die europäische Migrationspolitik. Auch die Förderprogramme, die es gibt, Wohneigentum für junge Familien, die ganzen Fördermittel jetzt, was Sanierung angeht, was Heizungstausch angeht, sind ja alles nationale Gelder, die es da gibt. Sind Bundesförderprogramme, sind KfW-Förderprogramme. Aber es gibt zwar Baurichtlinien von der EU, zusätzlich zu nationalen, zusätzlich zu Länder- und Kommunalebene. Und ja, man sollte die vereinfachen und vereinen so, dass das irgendwie alles klarer und einfacher ist. Wird ja auch häufig gefordert. Kann man ja auch machen. Nicht alle sind übrigens schlecht, weil gewisse Standards und gewisse Regeln immer da auch schon sehr viel Sinn machen. Ja, aber an sich ist das Thema Wohnen eins, was sich in den Mitgliedsländern entscheidet. Und die Ampel könnte deutlich mehr Geld da einfach reinstecken. Immerhin wurde jetzt zuletzt die Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt. Heißt, ja, Verbände, Unternehmen, Institutionen, die eben aus sozialer Motivation heraus Mieten anbieten, die unter der üblichen Marktmiete liegen, ja. Die werden steuerlich begünstigt. Gut, das ist sinnvoll, betrifft jetzt aber im ersten Moment mal nur rund 100.000 Wohnungen in Deutschland. Das ist natürlich zu wenig, um einen großen Einfluss zu haben. Ja, will nur sagen, das Thema Miete würde ich jetzt nicht wahlentscheidend machen für die Europawahl, ja. Also da ist das Thema EU-Schuldenregeln, was machen mit Wachstum, was machen mit Green Deal, was machen mit dem Zertifikatehandel, was machen mit EU-Mindestlohn-Richtlinie, was machen vor allem mit Spielregeln für die internationalen Player, was machen mit dem Steuersystem, ja. Viel relevanter als jetzt die Wohnungsfrage, weil da die EU mehr Einfluss hat. Die erlaube nämlich, dass Einheimische verdrängt würden, was die Mieten teurer machen. Weg von der AfD hin zu den Grünen. Die Grünen wollen, dass die EU sich beim Thema Wohnen an das Subsidiaritätsprinzip hält. Was ist das denn? Subsidiaritätsprinzip heißt, dass die Vorgaben höherer Institutionen, wie die der EU, erst eingreifen sollen, wenn untergeordnete Vorgaben, zum Beispiel die eines Landes, nicht ausreichen. Unterm Strich heißt das, die Länder sollen sich erst mal selbst drum kümmern. Grundsätzlich wollen die Grünen die Wohnkosten aber durch gezielte Investitionen über die Europäische Investitionsbank senken. Sie wollen mehr Regeln für den Finanzmarkt rund um das Thema Wohnen. Denn Wohnen sei ein Grundrecht und solle gemeinwohlorientiert, also im Sinne vieler Menschen in der europäischen Gemeinschaft sein. Sanierung im Bestand, Innenverdichtung, nachhaltiges Bauen und eine Fachkräfteoffensive sollen schnell mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und steigende Mieten begrenzen. Die Grünen wollen mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt, damit es europaweit nicht so eine große Konzentration auf wenige Investorinnen und Investoren gibt. Sie sind gegen Indexmietverträge für Haushalte und für langfristige Mietmodelle. Ähnlich ambitioniert beim Thema Wohnen ist die Linke. Sie fordert bezahlbarer Wohnraum für alle. Dafür müsse mindestens die Hälfte des Wohnraums in die öffentliche Hand und es brauche aus ihrer Sicht auch mehr Gemeinnützigkeit. Der Wohnungsmarkt müsse mehr der Allgemeinheit dienen als Einzelprofiten. Das sind ja auch die Grünen so. Die Linke möchte Mietobergrenzen und konsequenten Mieterinnenschutz. Mietverträge sollten langfristig sein und vor allem kein Profitmodell. Die Linke ist deshalb für Vergesellschaftung und unterstützt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen wollen sie in öffentliches Eigentum überführen. Und jetzt noch ein kleiner Downer für alle Reise-Junkies unter euch. Die Linke will in diesem Zuge zum Beispiel auch Airbnb die Leitung dicht machen, damit langfristige Wohnungsoptionen nicht für euren Kurzurlaub draufgehen. Die Linke will Kommunen finanziell unterstützen, damit sie gemeinnützigen Wohnraum kaufen können und setzt insgesamt mehr auf die Häuser, die schon überall in Europa stehen, als auf Neubauten. Das ist übrigens ein sehr sinnvoller Punkt, die Kommunen finanziell zu unterstützen. Generell, weil zwei Drittel der öffentlichen Investitionen über die Kommunen laufen. Wir haben es jetzt beim Hochhasserschutz auch wieder gesehen, was nicht intakte, dysfunktionale Infrastruktur in Kommunen anrichten und bedeuten kann. Wenn stark Regen und ausufernde Flüsse auf zu kleine Abwassersysteme, Kanalisation und marode Brücken treffen. Keine gute Kombination, zerstörerische Kombination. Nur auch das wieder wenig EU-Thema. SPD unterstützt beim Thema Wohnen auch die Idee von europarechtlichen Grundlagen. Sie will EU-Gelder in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stecken. Und zwar insbesondere für junge Menschen. So steht es zumindest im Programm. Zugang zu gutem, barrierefreien und bezahlbarem Wohnraum sollte aus Sicht der SPD eine Selbstverständlichkeit sein. Und damit das möglich ist, sollen die EU-Mitgliedstaaten Freiheiten bekommen, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Und zu guter Letzt das BSW. Das spricht zwar kaum bis gar nicht über. Es würde bedeuten, Wohnungsbauinvestitionen und Fördermittel von den Schuldenregeln auszunehmen. Können wir auch machen. Aber ehrlicherweise sollte man einfach die Schuldenregeln generell ändern, um den Ländern mehr Freiheiten zu geben. Statt für alles jetzt irgendeine Ausnahme zu machen. Eine Ausnahme für Klimaschutz, eine Ausnahme für Wohnen, eine Ausnahme für Verteidigung. Wo man eh nicht alle von überzeugt, weil immer einer war gegen was, gegen diese Ausnahme hat. Deswegen mehr Freiheiten für alle. Was wurden? Gerade die FDP hat doch dieses lustige Plakat. Europa lebt von Freiheit, nicht von Richtlinien. Komischerweise, dass die FDP eine sehr unfreie Position hat, wenn es um das Thema Haushaltspolitik geht. Denn da will man ja den Ländern ganz viel, ganz starre Grenzen vorschreiben. Ist aber auf jeden Fall gegen Privatisierung und Kommerzialisierung. Wohnen ist also unterm Strich nicht das allergrößte EU-Thema. Aber man sieht eben schon, einige Parteien messen dem Thema insgesamt einen größeren Stellenwert zu als andere. Leider waren das jetzt aber noch nicht alle unsere Sorgen. Also sprechen wir noch über das letzte große Thema, die soziale Spaltung. Nicht zu übersehen ist aber auch die enorme Zunahme der Sorge vor einer Spaltung der Gesellschaft und vor der Erstarkung rechtsextremer Parteien. So steht es in der Trendstudie Jugend in Deutschland. Aber gleichzeitig steckt in den sozialen Medien nicht nur das größte Informationspotenzial der jungen Generation, sondern auch das größte Potenzial, diese Stärke einzubinden und politisch zu beteiligen. Und deswegen wollen wir uns das bei diesem Parteiencheck einmal verbunden anschauen. Wie stehen die Parteien zur sozialen Spaltung und welche Rolle spielt dabei das Internet? Das Internet ist für uns alle Neuland. Naja, in das Thema gehen wir rein mit einer Überraschung. Die AfD äußert sich nicht kritisch zum Erstarken rechtsextremer Parteien. Aber auch die CDU-CSU schlägt zu diesem Thema keine großen Töne an. Auch die Wörter Spaltung und Diskriminierung fallen in ihrem Wahlprogramm nicht. Ganz im Gegensatz zu Linken. Die sagt über sich selbst, Die Linke steht gegen die rechtsextremen Bewegungen und Parteien überall in Europa. Wir wehren uns gegen den Abbau von Demokratie und Grundrechten. Wir kämpfen... Ja, kein Wunder, ne? Also Ursula von der Leyen hat ja auch zuletzt nochmal bekräftigt, auch mit den rechtsnationalistischen Parteien auf EU-Ebene und im Parlament kooperieren zu wollen, ja. Kein Wunder, dass die CDU dann Rechtsextremismus und Rechtsruck im Allgemeinen nicht so sonderlich juckt. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass diese Sparpolitik von FDP und CDU, dieses, wir wollen am Sozialstaat kürzen, wir spielen jetzt Armutsrentner gegen Geflüchtete gegeneinander aus, ja, oder Niedriglöhne und Bürgergeldempfänger, dass das erst zu ziemlich viel Rechtsruck führt, ja. Deindustrialisierung in Frankreich und Italien spielt zudem noch eine große Rolle. Das hat super viel mit Wirtschaftspolitik zu tun, ja, damit das bis heute nicht verstanden ist, dass eine Währungsunion nur fucking funktionieren kann, wenn die Inflationsraten in den Ländern gleich sind, sonst wertet ein Land gegenüber einem anderen ab. Frankreich hatte zwei Prozent jedes Jahr, Musterschüler, das war das Ziel, Italien drei Prozent, Deutschland ein Prozent. So, niemand hat Deutschland ermahnt, eure Inflation ist zu niedrig. Was passiert nach zehn Jahren, wenn man das so hat, ja, deutsche Produkte werden bei gegebener Qualität im Vergleich zu französischen und italienischen Produkten natürlich deutlich günstiger für Importeure, die mit anderen Währungen einkaufen, ne, weil in Euro gemessen hat sich ja da nichts verändert. Interne Abwertung nennt man das und das ist bis heute nicht verstanden, das ist bis heute Gift und, äh, ja, darüber hat natürlich auch eine CDU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nie auch nur ein Wort verloren. Überall gegen Rassismus und Diskriminierung. Auch die FDP sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Gefahr, aber nicht nur durch Rechtsextremismus, sondern auch durch Islamismus, Antisemitismus, ein polarisierendes Meinungsklima und linken Extremismus. Grüne und SPD sprechen sich gegen Diskriminierung und für... Manchmal sollten wir, glaube ich, auch über den Mitte-Extremismus sprechen, ja, denn wenn die FDP jetzt beispielsweise kommt und das Streikrecht einschränken will, ja, massiv einschränken will, vor allem in der öffentlichen Infrastruktur eben, dann, äh, sollten wir mal über die Mitte-Extremisten sprechen. Für Inklusion, queere Rechte und die Gleichstellung der Geschlechter aus. Die rechtspopulistische Politik der Aus- und Abgrenzung missbraucht die bereichernde Vielfalt in der EU als Feindbild. Sie ist respektlos und menschenfeindlich, schreibt die SPD. Das BSW sieht den Grund für Spaltung der Gesellschaft eher in der Schere zwischen Arm und Reich. Die mittlere und untere Bevölkerungsgruppe habe einen immer geringeren Anteil am Wohlstand. Das BSW hat also einen etwas anderen Blick auf das Thema. Deshalb ist es auch gar nicht mal so überraschend, dass auch ihr Blick auf soziale Medien und die digitale Welt von den meisten anderen Parteien abweicht. Das BSW will die, wie sie es nennt, Eingriffe in die Meinungsfreiheit zurücknehmen. Damit meint sie zum Beispiel den Digital Services Act. Der Digital Services Act, den die aktuelle EU-Kommission auf den Weg gebracht hatte, soll es erleichtern, illegale Inhalte von Plattformen wie zum Beispiel TikTok zu entfernen. Und so auch gegen Desinformation zu arbeiten. Meinungsfreiheit... Ja, der Digital Services Act ist sehr, sehr wichtig. ...habe zwar eine Grenze, wo Hass und Hetze gegen einzelne Personen oder Personengruppen... Genauso wie die Regulierung von Kryptowährungen, Bitcoin, E-Währungen und sowas. Also auch da ist es sehr relevant, dass wir da europäische Regeln für finden. Oder bald der neue Zahlungsdienst, Vero, der kommt als Ergebnis der European Payment Initiative. Da haben sich europäische Banken hingesetzt, um quasi eine Alternative zu PayPal, Visa und Mastercard zu finden, die europäisch ist, mit europäischem Datenschutzniveau. Als einzelnes Land sehr schwierig, als Währungsunion deutlich besser möglich. Über sowas sollte man reden. Aber da würde eine AfD natürlich gleich wieder Schnappatmung bekommen. Oh Gott, sind das dann deutsche Gelder, die da reingehen? Uh, verbreitet werde, schreibt das BSW. Aber Gesetze wie der Digital Services Act seien Cancel Culture und eine Verengung des zulässigen Meinungskorridors. Das ist meine Opinion! Auch die AfD lehnt die EU-Digitalgesetze, also auch den Digital Services Act, ab. Sie ist gegen Kontrolle über Medienangebote, Beschränkung der Meinungsfreiheit und gegen eine europaweite Medienaufsicht. Und hier ist sich die AfD tatsächlich mit ausgerechnet der Linken einig. Denn auch die Linke schreibt, das Gesetz über digitale Dienste, kurz DSA, ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Aus Sicht der Linken ist das Prinzip Melden und Löschen genug. Der FDP ist Digitalisierung bekanntlich besonders wichtig. Sie will zum Beispiel den digitalen Euro als Zahlungsmittel und EU-weite digitale Identitäten. Gleichzeitig setzt die Partei aber auf Anonymität und Privatsphäre im digitalen Raum. Zum Digital Services Act, also dem ersten europäischen Rechtsrahmen für den digitalen Raum, äußert sich die FDP im Wahlprogramm zumindest aber nicht. Auch die CDU-CSU äußert sich nicht. Die Grünen und die SPD hingegen unterstützen diese EU-Digitalpläne. Die Grünen wollen systematische Desinformation sogar in den Katalog der EU-Straftaten aufnehmen. Regelmäßig europaweite Lagebilder zu Desinformationen erstellen und sie wollen Sanktionen. Ja, richtigerweise. Das ist immer ein schmaler Grad, wo schränkt man Meinungsfreiheit ein. Also für mich das erschreckendste Beispiel ist, was aus Twitter beziehungsweise X geworden ist. Ja, seit Elon Musk da dran ist, also wie faschistischer, rechtsnationaler, rechtsextremer Content da gepusht wird. Wie viele Bots und wie viele geklaute Identitäten und so weiter man da hat. Ja, also wirklich absolute Downgrade von Twitter zu X. Und das ist natürlich relevant, weil das ist eine riesige Plattform, wo super viel Diskursmacht von ausgeht. Selbstverständlich muss man da auf Desinformation achten, muss man auf diese ganzen Blasenbildungen achten. Ja, wer kriegt welche Informationen zugespielt. Und dafür einen europäischen Rechtsrahmen zu schaffen, gegen die großen Player, die ja fast alle aus den USA kommen, mit Ausnahme von China und TikTok. Super wichtig. Jetzt kann man über einzelne Maßnahmen darüber noch streiten, aber da ist generell einzugrenzen, eng zu kontrollieren, Strafen auszusprechen, wenn irgendwie da eben nicht genug drauf geachtet wird, wie ist zum Beispiel der Umgang mit geklauten Identitäten, mit Desinformation, mit all sowas, halte ich für falsch. Gegen Propaganda-Plattformen erlassen. Auch die Algorithmen der großen Plattformen sollen kritischer betrachtet werden, damit sie Hass und Hetze zum Beispiel in sozialen Medien nicht weiter verstärken. Die SPD will für die Digitalrichtlinien der EU Gelder bereitstellen, damit die auch wirklich umgesetzt werden. Mit Regeln und Sanktionen wollen sie gegen Deepfakes und Manipulationen vorgehen. Und Plattformen wie WhatsApp, Instagram und Co. sind ja ganz normale Unternehmen in der Wirtschaft, die sind also auf Profit ausgerichtet. Die SPD will sich aber europaweit für nicht kommerzielle Plattformen einsetzen. Damit liebäugelt auch die Linke. Aber wie genau das funktionieren soll, darauf geht die SPD in ihrem Wahlprogramm nicht ein. Die Linke aber schon. Sie will zum Beispiel klare Regeln und Förderkonzepte, die Möglichkeit, die eigenen Daten zu anderen Plattformen mitnehmen zu können, ein Verbot von Tracking und personalisierter Werbung und mehr offene Software. Social Media will man uns also nicht einfach wegnehmen, keine Sorge. Zumindest wenn es nach diesen Parteien geht. Man hat das ja eben schon so ein bisschen erkannt. Die Parteien sehen die Spaltung der Gesellschaft, nicht nur in der steigenden Beliebtheit rechtsextremer Parteien und die Lösung definitiv nicht nur in den sozialen Medien. Das BSW will an der Verteilung von Reichtum schrauben und das Gemeinwohlausbau. Die Linke will mehr Demokratie und Mitbestimmung, zum Beispiel durch Bürgerräte und Bürgerinitiativen. Tja, beides sehr sinnvoll. Die Umverteilung von Reichtum will die Linke natürlich auch. Die SPD will einen Sonderfonds, also mehr verfügbares Geld für Projekte zum Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Grünen wollen allgemein die Informations- und Medienkompetenz der Europäerinnen und Europäer stärken. Und CDU und CSU will den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Generationen fördern und setzt dafür auf Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft. So, wie... Ja, damit kriegt man bestimmt einen guten Ausgleich hin und die Währungsunion und die politische Union auf jeden Fall näher zueinander und Fortschritte, wenn man die Familie als Keimzelle... Was war das hier? Verraten. Und setzt dafür auf Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Ja, Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Das ist bestimmt absolut... Das ist die Lösung für eine funktionierende... Eine funktionierende Europäische Union. Jupp, alles klar. Weiß man alles, was man über CDU und CSU wissen muss. So, wir sind durch. Damit sind wir jetzt einmal mit unseren Sorgen im Blick durch die ganzen großen Parteiprogramme gerast. Natürlich stehen diese Parteien noch für andere Forderungen bei anderen Themen. Da lohnt es sich vielleicht für euch doch nochmal, das ein oder andere Parteiprogramm zu lesen, von denen, die euch interessieren. Oder ihr schaut in die Kurz... Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Die haben ja auch alle Kurzwahlprogramme, die Parteien. Thema, was ich noch sehr relevant finde, ist die Mindestlohnrichtlinie. Das ist jetzt mal eine sehr gute EU-Initiative, dass Mindestlöhne in den Ländern armutsfest sind. Also 60 Prozent des Medianlohnes betragen. Wäre in Deutschland 14 Euro. Und da ist natürlich selbstverständlich sowohl die AfD dagegen, als auch die FDP wird dagegen sein. CDU und CSU werden selbstverständlich Bauchschmerzen haben. Ursula von der Leyen hat es mitgetragen. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht ihr Lieblingsprojekt. Kann ich mir nicht vorstellen. Denn es ist natürlich immer die Position, haben wir auch beim deutschen Mindestlohn. Oh Gott, den darf man nicht politisch festlegen. Uh. Ja. So sieht es jedenfalls aus. Ein kleiner Überblick über die wirtschaftlichen Themen und Positionen zur Europawahl. Logischerweise sind die Wirtschaftsthemen aber nicht alleine wahlentscheidend. Es gibt noch ganz viele andere wichtige Themen. Bildung beispielsweise, wo die EU eben auch sehr viel vereinheitlicht und standardisiert hat. Bachelor, Master, wo sie mit Auslandsstipendien und Erasmus sehr viel für kulturellen Austausch tut. Da beispielsweise, das hätte man ohne Europäische Union nicht. Ich selbst habe davon profitiert und finde das beispielsweise ein Vorzeigeprojekt und sehr gut, was man mit deutlich mehr Mitteln noch unterstützen sollte. Aber es gibt natürlich das Thema Außenpolitik auch noch. Es gibt das Thema Krieg und Verteidigung. Haben wir jetzt hier alles nicht behandelt. Wir haben uns auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert. Ja. Was bleibt mir zum Schluss noch zu sagen? Also ich halte es für sehr wichtig, wählen zu gehen. In insbesondere Zeiten von Rechtsruck ist es wichtig, den zu verhindern. Eine Stimme für die AfD ist kein Denkzettel an die Regierung. Eine Stimme für die AfD ist ein Schuss ins eigene Knie. Das wäre die absolute Vollkatastrophe für Deutschland, aber auch die Europäische Union. Und die AfD versteht gar nicht, was sie da fordert, was sie da wirtschaftlich kaputt machen würde. Insofern Sonntag die Chance nutzen, Kreuz hinsetzen. Das Video, wenn es euch gefallen hat, liken, gerne nochmal mit Freunden teilen, die sich nochmal bei wirtschaftlichen Themen einen Überblick machen wollen. Und ansonsten hoffe ich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt ihr das jetzt nach, aktiviert vielleicht die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und schaltet demnächst wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.